Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu Seven Days. So, ich will jetzt einmal kurz, wir waren ja looten die letzten Runden, jetzt machen wir erstmal weiter, aber nicht gleich hier Räume bohren, keine Angst. Sondern ich brauche erstmal VB, das ist wichtig. Ihr habt ja geschrieben, unten die Schrägen in Holzoptik. Hätte ich gesagt, habt ihr da auch ganz recht. Sieht, glaube ich, deutlich besser aus. Da ist der Pinsel, wo ist die VB? Dann will ich noch ein paar Sachen rüberbringen in die Garage da hinten. Damit wir hier mal etwas Platz kriegen. Und vor allen Dingen erstmal denen, auch wichtig, um die Küche kümmern. Wie gesagt, da muss Platz rein. Wir fühlen uns hier fest. Definitiv, so geht das nicht. Aber einmal geht es runter. Weil die Küche, das geht so einfach nicht mehr. Das geht einfach nicht. Das ist zu viel des Guten. So. Und das hier wird nicht funktionieren. Denn, habt ihr mir ja geschrieben, die Pflanzen brauchen wirklich Sonnenlicht. Finde ich ein bisschen schade. Ich habe gedacht, wenn man so oben Licht reinmacht, funktioniert das. Aber gut. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Vielleicht stelle ich da Pflanzpötte rauf. Mal gucken. Aber auch wenn man die Decke muss noch weiß. Oder besser gesagt, die werde ich so wie die hier machen. Dann passt das ganz gut. Da kommt noch Glas vor. Glas ist schon vor. Aber ansonsten hier nichts mehr großartig ändern. Das passt doch so weit alles. So. Dann nehme ich einmal hier. Einmal kopieren. Und zwar diese Schräge hier, meint ihr. Ne. Diese. Den machen wir dir einmal. Ne. Ich wisch das gerade weg. Ne. Ne. Wieso lässt sich das jetzt nicht einmal? Hä? Warte mal. Kopieren. So. Nochmal. Ist gerade weggesprungen hier. Ja. Jetzt geht's. Keine Ahnung, was das gerade war. Die Farbe ist weggesprungen. Der Pinsel hat sich wieder als Standard gestellt. Sehr schön. Ja. Da habt ihr aber recht. Das sieht deutlich besser aus. Wirklich deutlich besser. Vielleicht. Mal gucken. Wenn das auch noch Holz ist. Ah. Dann müsste der natürlich auch. Ja. Sieht doch schon edler aus. Das hat schon eher was. Eww. Dann machen wir das nochmal. Gucken wir mal. Ähm. So. Ja. Das da oben lasse ich so. Ja klar. Wenn wir das hier auch. Hier ist jetzt schlecht. Das lasse ich jetzt weiß. Weil ich kann ja hinterm Chemietisch nicht malen. Und ich will die jetzt auch nicht wegnehmen. Aber ansonsten passt das doch. Dann haben wir mal kurz die Farbe hier. Ähm. Kopieren. So. Ja gut. Ich werde hier jetzt mit dem Pinsel arbeiten. Nicht mit der Rolle. Einfach aus dem Grund. Sonst mal ich hier wieder die Hälfte über. So groß ist die Digi ja nun aber nicht. Ich glaube mit dem Licht in der Mitte wird das dann gar nicht mal so schlecht aussehen. Das sieht im Raum drüben ja auch ganz gut aus. Das passt. Dann hätten wir unseren schönen Luxus-Chemieraum so gut wie fertig. Ich werde gleich nochmal gucken. Ich glaube dafür brauche ich Grasfasern. Diese Pflanzen. Die kann man glaube ich bauen. Müsste ich jetzt echt mal gucken was ich genau brauche. Ich meine aber das waren Glasfasern und noch irgendwas. Kriegen hier ja nichts angepflanzt. Achso. Gut. Ähm. Da. Einmal hier hin. Wollen wir in dem Licht in der Mitte. Hebt das Schwarze so ein bisschen auf. Dann passt das auch. So. Sehr schön. Weil Beton kann ich sie nicht lassen. Das sieht ja wohl wirklich verboten aus. Das muss also ein bisschen. So. 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 Aber wie gesagt. Wir müssen uns ganz dringend um die Küche. Wir wühlen uns hier fest. Deko gut und schön. Machen wir natürlich auch alles weiter. Aber. Ich muss zwischendurch auch mal für ein bisschen Ordnung sorgen. Sonst entsteht hier ein totales Chaos. Was wir ja schon haben. So. Guck mal. So schlägt sich das auch gar nicht aus mit den Lichtern in der Mitte. Passt doch sehr sehr hell hier drin. Ja. Klar. So. Dann gucke ich mal kurz diese Pflanzendinger. Wie heißen die überhaupt? Pflanzen? Topfpflanze. Alles klar. Blamebone und Pflanzenfasern. Ja. Das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir doch hin. Moment. Moment. Das wird sich ja wohl machen lassen. Also. Wie ich schon die Zäune in der Auge behalten. Wir müssen drüben in der Hortenbase ja noch die Waffen wieder auffüllen. Und wir müssen auch die Klingfallen wieder hinbauen. Und ich glaube die Zäune muss ich auch noch mal reparieren. Aber der Fässerl ist da. So. Hab ich hier noch irgendwelche Pflanzenfasern? Ich weiß es gar nicht. Ähm. Sieht nicht danach aus. Nein. Hier auch nicht gut. Pflanzenfasern kann man sich aber auch schnell unten holen. Nein. Wir haben null Pflanzenfasern. Gut. Aber das ist alles halb zu viel. Das klebt. Klappt alles. Ich glaube hier ist auch nichts drin. Oder? Nein. Gut. Dann nehmen wir schon ein bisschen Lame mit. So viele Päde brauchen wir davon her. Ist auch nicht. So. Ich nehme Oma Qtzi Binsel weg. Und dann gehen wir mal auf Pflanzenfaserjagd. Und draußen nur ein bisschen Rasen verprügeln. Das werden wir wohl hinkriegen. Komme her mein Freund. Komme her. Hier ist wahrscheinlich geschützt. Jo. War klar. So. Auch mal hier. Wie gesagt. Wie viele brauche ich eigentlich pro Tropfpflanzen? Wie? So viele will ich ja gar nicht. So viele will ich ja gar nicht. Das kriegen wir alles hin. Dann sieht es ja auch gleich ein bisschen schöner aus, wenn ich ja nicht mehr so viel Unkraut wächst. Ups. So. So. Oh. 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 Wie schnell das geht. Das sollte dick erreichen. So gehe ich mal ganz stark von aus. Sehr schön. Aber ich glaube wir machen die 100 voll. Auch wenn wir glaube ich nicht so viel brauchen. Aber das geht ja ruckgezuckt. Hebe denn auch mal ein paar auf, ohne sie gleich wegzuschmeißen. Haben wir mal ein bisschen Ersatz. Falls wir sie nicht mehr brauchen. Es kommt ja doch mal vor, dass man sie braucht. Auch wenn es selten ist. So. Ein noch. Sehr schön. Die hätten wir. Und daraus müsste ich jetzt ein... Ich weiß gar nicht wie viel ich brauche. Ich will auf jeden Fall die Ecken jeweils ein haben und sechs oben drauf. Also müssten das zehn Stück sein, die wir brauchen. Siehst du mal. Siehst du mal. Den schnell wieder runter. Die, 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 die. Und den kümmern wir uns um die Küche. Hier, da muss ich den erstmal gucken. Kühlschrank selber, das ist halt das Problem. Die kann man nicht bauen. Finde ich sehr, sehr schade. Kannst du mal kurz zeugen. Deswegen werde ich hier wohl der Kühlschrank... Ich hätte gerne hier einen Kühlschrank stehen gehabt. Aber man kann den leider nicht bauen. Das heißt, ich werde den wohl hier wegnehmen. Und da Kisten hinstellen. Und den versuchen da so ein bisschen in Kühloptik oder sowas anzumalen. Damit das einigermaßen nach Kühlschrank aussieht. Finde ich ein bisschen schade. Ich meine, das ging früher auch mal, dass man selber einen Kühlschrank bauen konnte. Oder zumindest Kühlschranktextur anmalen konnte. Aber gut, man kann den alles haben. So, die Flanspüdie, die Flanspüdie. So. Erstmal hätte ich gerne sechs Stückchen drauf. Wenn es geht. Ist zwar jetzt nicht ganz das, was ich wollte. Aber besser, als wenn es leer steht. So. Genau. Und dann wollte ich hier halt gerne noch so in den Ecken welche stehen haben. Runde das Ganze so ein bisschen ab. Sehr schön. Einer fehlt noch. Da ist er. Du is er. So. Und den ist der Raum nicht auch schon fertig. Das ist doch ein schöner, gemütlicher Chemieraum. Da kann man sich doch nicht beschweren. Oder? Ich meine, hier kommt dann später die Wegbänke hin. Aber nicht jetzt. Wie gesagt. Wir können ja nicht die Wurzeln immer bohren. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Küche. So viel Zeit muss sein. Deh, 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 deh. Ahem. Oh, und ich habe ein leichtes Korotze im Holz. Ich weiß nicht, warum. Schon, ich habe gestern im Stream zu lang gesabelt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich muss erstmal hier gucken. Aber ja, dort hindert mich nicht am Aufnehmen. So, warte mal. Ich muss jetzt Stück für Stück anfangen. Die Doh, das ist schon die Kiste. Aber ist trotzdem komplett voll. Ehrlich gesagt, hätte ich oben beide Schränke mit Kisten. Das heißt, da muss auch noch eine Kiste hin. Ich muss das Stück für Stück machen. Sonst komme ich durcheinander. Für die Kisten brauche ich, glaube ich, Holz und Nägel. Ne, äh, wo die war? Ich brauche jetzt mal die Zement weg. Äh, die. Das meine ich. Lame. So, wo habe ich denn Nägel? Oder muss ich Nägel machen? Ich muss Nägel machen. Okay. Die machen wir mal Luggi, Luggi. Die macht noch Style. Die macht auch noch Style. Das ist jetzt großes Misty, Misty. Ähm. Ich brech dich mal ab, mein Freund. Ich brauche Nägel. Und damit ich mal ein paar Aufvorrat habe, mach mal gleich 500 Stück, du. So. So hätte ich ein bisschen was. So, die nehme ich erstmal mit. Den Rest hole ich mir gleich. Eine Kiste reicht von Anfang. Luggi. Nicht Luggi. So, Luggi. Er muss Stück für Stück machen. Vorbei, und das habe ich noch ein Stack, ne? Ja. Jut, jut. Den guckt ihr hier erstmal weg. Sag mal, haben die Funpips hier erst die Möbel rangeklatscht und dann angemalt? Oder? Worum ist der Hinterkau eine Farbe? So, die darf natürlich nicht beschriftet werden. Die soll angemalt werden. Sehr schön. Binsel. Wo ist er? Da. Das heißt, ich kopiere das Ganze hier einmal. Hm. Hier unten einmal. Na. So, ja, natürlich auch in der Schrank aus. Da doch nicht hin, Mensch. Komm, weil die Blume im Weg steht. Da hin, genau. Und hier natürlich auch nochmal hin. Oh, Mann. Einmal kopieren und da wieder hin. So. Dann kann ich die Dosen mich ein bisschen verteilen. Auf beide Schränke. Das ist schon mal ein Anfang. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wie ich das am besten mache. Äh, am besten. Hühnchen, Hühnchen. Hühnchen kommt mal alles raus hier. Das ist auch Hühnchen. Rindfleisch. Lass nochmal hin. Rindfleisch nehme ich auch raus. Am besten alle weißen Dosen erstmal hier raus. So. Der Thunfisch kommt hier mit raus. Und die Hühnersuppe kommt hier definitiv auch raus. So. Und ich nehme mal die roten Dosen mit raus. Der Rest bleibt jetzt erstmal hier drin. Was kommt denn erstmal alles hier rein? Da müsste ich ordentlich ein bisschen mehr rein kriegen jetzt. So. Zock, 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 zock. Ja, so Thunfitt sofort. Gut. Denke jetzt erstmal den Kram da hinten aus der Kiste. Dann bräuch ich auch nicht mal alles Essen an Dosen. Dann kann ich das wieder, wie das sein soll, ordentlich weglaugern. So, da ist noch was. Da ist noch was. Und mehr Dosen habe ich gar nicht. Doch, da sind noch Dosen. Gut. Den alles natürlich gleich in die richtigen Schränke. Geht ja Gott sei Dank hiermit relativ schnell, damit die richtigen reinkommen. Einmal sortieren. Perfekt. Und die Routen, die kommen denen hier mit rein. Genau. Einmal sortieren. Dann haben wir nämlich hier wieder etwas Luft. Schäu dich, werde ich für die früher oder später irgendwann meinen eigenen Schränk brauchen. So. Und hier, ihr habt ja geschrieben, ich soll die Birnen essen. Ja, weil die Birnen kein Rezept haben. Weiß ich. Ich behalte sie als Notvorrat, falls mir irgendwann mal das Essen ausgeht. Guck mal, so viel ist das auch nicht mehr. Wir müssen bald mal wieder kochen. Aber eins und dem anderen. Also, hier habe ich das Fleisch drin. Ehrlich gesagt, würde ich den Held gerne behalten. Die Mikrowelle kommen aber da rein. Das hier hätte ich gerne komplett für Zutaten. Da habe ich jetzt bloß Angst, wenn ich den Schrecker unten weghaue, dass mir die Mikrowelle runterfällt, die ich gerne behalten würde. Hm. Allerdings, ah, werde ich es probieren müssen. Ich muss hier erstmal die Zutaten rausnehmen. Geht nicht anders. Dann kommen wir später auch nochmal die Felder in. Kann nämlich gleich alles hier rein. Dann haben wir es schon mal auf Vorrat. Bitte sagt mir jetzt nicht, dass es runterfällt. Bitte halt an der... Oh, nicht da hin, Mensch. Halt an der Wand. Hm. Meine schöne Mikrowelle. Oh, Mann. Und die kann man, glaube ich, auch nicht bauen, ne? Ich glaube nicht. Gut, ich kann ja mal gucken. Aber ich glaube, die kann man nicht bauen. Neu. Okay. Schordi. Vielleicht finde ich ja mit Glück irgendwann mal eine beim Händler oder so. So, wollen wir mal kurz die Kisten. Ach, das ist doch wieder ein Mist. Ich habe gehofft, die hält an der Wand oder so. Komm, Junge, siehst du auch so fertig, wie ich es. Danke. Hint da. So. Pinsel, Pinsel, Pinsel. Da. Das müsste ich jetzt von hier kopieren. Das ist mir schon eine Kiste, alles klar. Einmal hier. Nein, das soll sich die Top-Pflanze kopieren, sondern die Oberfläche. So. Einmal da hin. Und den hier vorne nochmal. Sehr schön. Dann passt hier zumindest schon mal mehr rein. Hier kommen die Zutorten. Fleisch ist ja eigentlich auch eine Zutat. Fleisch wieder drin. Mäusmehl drin. Eigentlich alles hast drin, ja. So. Sortieren natürlich. Sehr schön. Dann hätten wir das auch schon mal. Den Kornig, das Fleisch. Und hier werde ich wahrscheinlich später noch fertiges Essen einlagern. Quasi so ein Warmhalteofen. Das Quaschzeugs und das, das gehört ordentlich bei Getränke mit rein. Und das, was ich damit soll, weiß ich auch noch nicht. Mal gucken. Fleisch kommt denn hier mit drin. Ist schließlich eine Zutat. So viel Fleisch haben wir auch gar nicht mehr, ne. Geht auch langsam zur Neige. Sehr schön, sehr schön. Hier haben wir denn noch Fetigessen, ja. Das werde ich wahrscheinlich hier noch mit zupacken. Und hier wird es halt auch eng. Und hier habe ich halt die leeren Gläser drin. Ehrlich gesagt würde ich gerne beide Schränke für leere Gläser und trübes Wasser nutzen. Das ist glaube ich sogar noch ein kleiner, ja. Und den Kühlschrank für die Getränke. Das heißt, der Kühlschrank muss jetzt erstmal weg. Ähm. Und da muss ich halt zwei Kisten hinstellen. die angemalt werden. Warte mal. Eine Kiste Bräu noch. Diep, die, 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 die. Damit sind zumindest einigermaßen. Passt. So, wo ist eine andere? Dunkel. Ist das jetzt sehr, sehr groß hier? Oder ist das war der Kühlschrank hier auch? Also daher wird es schon passen. Hoffe ich zumindest. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Und zwar... Kühlschrank selber gibt es leider nicht. Bringt mich immer wieder auf. Billendose passt hier natürlich auch nicht. Deins was hätten wir hier, der Bierkühler. Den hatte ich jetzt auch gedacht. Ich gucke aber nochmal sicher zu sein, ob es nicht doch irgendwo Kühlschrank gibt. Aber nee, ne. Abfallpresse, Funzerlehen, Grabstein. Das sind normale Schränke, Bücherregole. Gibt es partout nicht. Medizinschrank, Billendose-Seite, Schreibdorfe, schwarze Fernseher. Nö. Gibt es nicht. Was sehr, sehr schade ist. Wir müssen unbedingt mehr Farben. Und es waren ja auch mal mehr Farben, habe ich inzwischen Erfahrung gebracht. Es wurde bloß vieles entfernt. Warum auch immer. Verstehe ich nicht so ganz. So, die Seiten müssen natürlich Silber. Was nehmen wir denn dumm? Oh, Medizinschrank von der Säude. Vielleicht passt das, ja. Oh, passt aber einigermaßen dazu, oder? Oh, ich denke schon. Hier sollen mich jetzt sämtliche Getränke rein. Und zwar Olli. Ich kriege gar nicht alle hier raus. So, wo war der mal. So, zack. So viel wie geht erstmal. Müsste definitiv in die zwei Kisten da mehr reinpassen. So, erstmal den. Das wird dann der Notvorrat. Und unten kommen dann die neuen Getränke rein. Die doch nicht. Die doch nicht hier. Der noch. Der noch. Das. Und hier tue ich das gleich alles. Zack, zack, zack. Ich packe den mal mit rein. Aber halt dafür 10 Tee. Sehr schön. Äh, auch mal sortieren. So, da ist ja noch mehr. Da ist definitiv noch mehr. Zack, zack. Ist ja so ein bisschen was. Was wir haben. So ein kleines bisschen. So nochmal. Diep, 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 diep. Bisschen Küche umbauen muss jetzt leider sein. Schon wieder voll? Gut. Diep, diep, diep. Da hat der Schrank ja schon eine Kiste wahr. So. Müsste die hier eigentlich auch komplett voll werden. Das muss noch alles mit drin. So, den muss dort hier noch alles raus. Geht das nicht so? Ja, geht doch viel schneller. Geht doch viel schneller, Mensch. So, warte mal. Und den nochmal. Genau. So passt das doch schon viel besser. Den kommen auch noch raus. So. Und natürlich ist glaube ich auch schon drin. Ejo. Und da ist die Kiste voll. Aber das war zu vermuten. Einmal sortieren. Genau. Den passt dann wieder. Und neue Sachen kommen denn ja unten rein. So. Jetzt mal kurz gucken, ob ich drüben noch irgendwas habe. Am Getränken hast du das Honig. Gut, leeres Glas kann mit. Hier, die können mit. Der kann auch noch mit. Der, der, der. Damit ich hier echt mal Platz kriege. Das ist meine Baukiste. Da hat das Zeugs nichts drin zu suchen. Hm. Absolut go nix. Okay, noch irgendwas hier drin. Bäh. Gut. Darin, darin, darin. Alles was über ist, kommt denn erstmal hier drin. Oh, einmal sortieren wie die. Danke. Danke, danke, danke. Äh, und hier. Hier kommt denn das drübe Wasser rein. Und hier die leeren Gläser. Hm. So. Erstmal das drübe Wasser. Dann hat man hier auch für alles genug Platz. Sehr schön. Den müsste ich eigentlich noch einmal zu einer Kiste machen. damit mehr Platz reinpasst. Äh, Moment. So. Kiste. Haben wir gleich. Oh. Die hab ich ganz vergessen. Die hab ich ganz vergessen. Passen die hier noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Gut, dann kommen sie hier hin. Gut, gut. Haben wir auch ein bisschen Notvorrat an Getränken. So, Kiste ist auch fertig. Sehr schön. Hin damit. Ähm, onmalen, onmalen. Dort ist die Pinsel. Einmal die Abbausplatte kopieren. So. Einmal den da kopieren. Hin da. Sehr schön. So, von der Rückseite. Das muss natürlich auch, ne? Na, aber nicht so. Nicht so, nicht so. Warte mal. So. Ah, sieht natürlich jetzt blöd aus mit der Kante. Das kommt aber, weil es hier noch normale Schränke sind, ne? Jut, jut. Nicht schlimm, nicht schlimm. Hier kommen denn jetzt wieder die leeren Gläser rein. Zack. Passt doch. Gut, den hätten wir dausend nämlich. Ich auch schon mal. Da haben wir schon ein bisschen Ordnung. Fertiges Essbogen. Erstmal da mit rein. Da haben wir Dosen drin. Vorher können die erstmal stehen bleiben. Und das ist auch nur so ein kleiner Schrank, ne? Für das Gammelzeugs. Ehrlich gesagt, ist das eine Zutat. Das würde ich gerne hier mit Rollen machen. So. Sehr schön. Und denn das Zeugs, das Goldruten-Zeugs hat hier auch nichts verloren. Und hier soll eigentlich... Ja gut, da muss auch definitiv eine größere Kiste hin. Ich muss das Stück für Stück machen. So, warte mal. Weg, weg. Weg, weg. Jetzt mal alles raus. Hier. Zack. Ah, die Kaffeemaschine geht mir doch wieder kaputt. Die geht mir doch wieder kaputt, wenn ich das unten weghau. Ich möchte aber gerne eine komplett funktionierende Küche haben. Erstmal eine Kiste bauen. Ich glaube, auf die Kaffeemaschine werde ich verzichten müssen. Dort geht nicht anders. Ich möchte ja auch nicht nur Kaffee... Na gut, die Samen und so kann ich auch mit Rollen. Das kann man ja auch ein bisschen sortieren. Geht ja nicht anders. Zock. Pinsel. E-D-E-S-W-U. Pinsel? Muss man... Da. Kann ich auch. Wollt gerade sagen. Kuppchen. So, einmal durch hin. Dann bräuchte ich das Ganze noch einmal von unten. So. Den würde ich so gehen. Oben erstmal der Honig. Den bräuchte ich nämlich auch perfekt rein. Also dem Honig gebe ich zwei rein. Da finden wir sowieso noch mehr von. Diep, 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 diep. Na, reicht nicht ganz. Okay. Sehr schön. So. Samen. Ehrlich gesagt kriegen wir doch eh keine neuen Samen mehr. Weil die Felder sind hier voll. Also ehrlich gesagt können die Samen weg. Also weg damit. Weg damit. Weg. Aloe Vera haben wir auch auf dem Feld. Aloe Vera Blätter. Ja, die sollen hier natürlich rein. Die kriegen auch wieder zwei rein. Damit das mal alles etwas sortierter hier abgeht in der Küche. So. Goldruten brauche ich zwar eigentlich nicht wirklich. Aber gebe ich auch mal zwei rein. Diep, 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 diep. So. Was muss, das muss. Heidelbeeren natürlich. Zwei Reihen. Können wir uns auch später mal anderes essen machen. Dessen habe ich es überhaupt ausfällt. Wegen diesen Smoothies. So. Und mit Käffchen wird es jetzt blöd. Was ist das? Jucke Früchte. Ah. Warte mal. Von Goldruten werden wir nie so viel kriegen. Goldrute kriege ich nur eine Reihe. Warte mal. Weil die benutzen wir so gut wie nie. So. Dann ziehe ich dort alles eine Höhe. Und dann kommt unten die Jucke Frucht mit zwei Reihen unter. Den Posten ist ein bisschen besser. Zack. Dafür müssen wir natürlich erst mal ein paar mehr kriegen, bevor das hier voll wird. Aber ist es ein Anfang. So. Kaffee hätte ich gerne hier unten drin. Und ich glaube, auf die Kaffee-Maschine werde ich verzichten müssen. Nehmen wir mal eine Snee-Belle raus. Und dann hauen wir hier auch mal den Schrank weg. Nee, die bleibt stehen. Yeah. Okay. Warum hat es denn mit der Mikrowelle nicht funktioniert? Und dann wird das unten ein kompletter Kaffeepulverschrank. Und dann haben wir die Küche doch schon vorstippitoppi. Naja, bis auf oben die zwei. Aber hier muss ich auch noch ein bisschen Ordnung schaffen. Aber es kommt, es kommt. Zumindest ein bisschen mehr Plots in der Küche. So. Hin mit der Küche. Zack. Oh, mal anmäulen, das gute Stück. Die, 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 die. Welchen Tag haben wir eigentlich? 125. Na ja, gut. Das passt noch ein bisschen. Oh, mal hier hin. So. Oh, mal hier. Ne. Warte mal. Da brauche ich den doch. Kopieren. Hm. Komme ich da noch angemalt? Ja, ne? Ja. Sehr schön. Das weht denn hier die Kaffeepulverkiste. Oh, wo ist denn da eigentlich der ganze Kaffeepulver? Nein. Habe ich vergessen, das Kaffeepulver da rauszuholen? Honig, das hatte ich. Habe ich mir jetzt echt mein ganzes Kaffeepulver zerstört? Oder wo ist das geblieben? Ich hatte doch mehr als das Bisschen da, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall soll die, das brauche ich jetzt eigentlich gar nicht sortieren, weil die gesamte Kiste soll voll mit Kaffeepulver irgendwann mal. Damit wir einen kleinen Notvorrat an Kaffeepulver haben. Kaffe muss immer sein. So, vielleicht hier unten eine Reue mit Schnee. Das kriegen wir zwar so gut wie nie, auch wenn wir ganz in der Nähe wohnen. Ich bin meistens zu faul, den Schnee zu sammeln. Wir brauchen es ja so gut wie nie. Gut, den hätten wir das. Und hier natürlich. Gammelbrot und so, damit wir das hier auch alles mal wieder mitnehmen können. Da hätte ich gerne, hätte ich gesagt, hier oben zwei Kisten, warte mal. Zuck. Oh, einmal der der Weg und einmal der der Weg. So, da sieht was wahrscheinlich blöd aus mit der Strecke da, aber das werden wir gleich sehen. Den muss ich jo erstmal bauen. Das wäre die erste. Ah, sieht zwar ein bisschen schröck aus, aber geht, geht. Geht, geht. Da hat er denn auch noch mehr hin? Genau. Dunge, Pinsel. Jetzt brauchen wir noch einmal den da. Ich war echt der Meinung, ich hatte mehr Kaffeepulver. Oben drauf guckt eh keiner hin. Aber unten drunter muss noch einmal. Dann wird das eine ein reiner Gammelfleischschrank. So. Und zwar der, der. Hier kommt nur Gummelfleisch rein. Und der andere wird hier für diese Gammelfleischsche. Dann können wir die mich auch mal wieder ansammeln. Dann brauchen sie die ständig wegschmeißen. Sehr schön. Dor hin, dahin, dor, da, da. Hier, das, jenes, nix. So. Die kommen denn auch erstmal? Hab ich schon, okay. Und hier unten hätten wir nur noch die. Die können auch gerne hier drin bleiben. Also den brauche ich jetzt glaube ich nicht ausbessern. So viel findet man davon jetzt auch nicht. Denn da haben wir die Küche hier einigermaßen in Ordnung. Das Problem ist, die Küche ist zwar jetzt Tibi-Tobi. Aber es reicht noch nicht. Guck mal hier. Hier ist auch schon so ein riesen Chaos. Und das Problem ist. Hups. Dor sind. Naja, bis auf die. Du, eine hier ist aber schon die Kiste. Aber hier wird auch noch die Kiste hin müssen. Damit ich es ein bisschen aufteilen kann. Jetzt will ich aber einmal kurz hier gucken. So, aber guck mal hier. Goldrude kommen mit. Da sind Sonnen. Die können weg. Und sonst sind der Honigkorn mit. Und das der Rest. Naja, das muss ich später mal gucken. Zumindest haben wir dann essbare Pflanzenzeugs hier erstmal raus. Die Goldrude hat doch hier mit drin, ne? Äh, eww. Da mit drin. Honig mit drin. Sehr schön. Das passt, das passt. Gut. Küche wäre schon mal fertig. Das ist ja schon mal was. Wir haben Besuch von einer Uschi. Wo bist du, meine Dame? Ich hab dich doch genau gehört. Die ist irgendwo in die Sprags gelaufen. Komm mir ja nicht auf die dumme Idee, meine Felder zu zerrupfen. Du Missbehäkel. Glaubt, die ist tot. Glaubt, die ist tot. Oder buddelt sie hier wieder? Sehen tue ich sie zumindest nicht. So, ähm. Da ist sie nicht drin. Ich will mal was ausprobieren. Ihr sorgtet ja, hab ich doch Frames? Einmal ein Frame draufsetzen. Und die laufen planlos durch die Gegend? Einfach mal testen, wa? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber gut. Punkte hätten wir auch einen. Aber ich glaub, die wollten wir sammeln. Die, 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 die. Zumindest ist sie nix, um mir zu sehen. So, ähm. Allerdings kümmern wir uns um das Board beim nächsten Mal. Genau wie wir uns das, wenn wir in der Nacht machen, den Rest in der Hotbase fertig machen müssen. Will kein Weg dann vorbei. Ich will dort hier einmal abenden. Weil hier ja noch ein bisschen erweitert werden muss. Das ist mich, glaub ich, fertig, ne? Eww. Das werden wir jetzt definitiv noch machen, damit das hier irgendwann mal fertig wird. Und wir richtig schön große, volle Felder haben. Die, 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 die. So. So, Heutelbeensaum. Heutelbeen. Eee, Rezepte. Wie viel krieg ich raus? Neun. Den mach mal. Ich glaub, das waren die, die ich eben weggeschmissen hatte. Na ja, gut. Was soll's, was soll's. Wir haben genug. Da muss man nicht so rumgeizen. Feld wird ja langsam voller. So, der Yuka. Ich glaub, da brauch ich gar nicht mehr. Allee, da muss man mal gucken. Da muss man erstmal einmal durchsensen. Schön mit der Faust Gottes durch die Palmen. Wer wollte nicht immer mal Palmen verprügeln? Ist bestimmt der neue Volkssport in Hawaii. Oder Kokosnuss, Weidwurfen oder was weiß ich, was die da spielen. So. Donner mehr. Ah, ich musste so letztens so lachen. Ich hab letztens auf YouTube ein Video gesehen, wo Süßigkeiten gezeigt wurden, die in Deutschland oder auch in anderen Ländern verboten sind. Wo ich so lachen musste, war bei dem Thema Überraschungseier. Ich mein, jeder kennt die Überraschungseier hier in Deutschland völlig normal. Aber wusstet ihr, dass Überraschungseier in den USA verboten sind, weil die Leute einfach ins Ei gebissen haben und das Spielzeichen mit runtergeschluckt haben? Sag mal, dann weiß man doch, dass da ein Spielzeug drin ist. Mal abgesehen davon steht's auch drauf. Wie kann man sowas mitfudern? Das hat mich doch schon etwas überrascht und ich musste lachen. Aber, was machst du denn da? Ich wollte auf Rezept klicken. Jem, du, so, ne? Vielleicht schmeckt das ja das Spielzeug. Ich mein, ich will's jetzt nicht unbedingt probieren, aber ich mach erstmal nur 20. Mein, wo ist ja nie, ne? So. Duhin. So, zuck. Duhin. Duhin. Ich glaub zwar nicht, dass die 20 reichen, aber ich will halt auch nicht zu viele machen. So, wie viel kommen denn noch? Aus der Letze, okay. Wie brauche ich denn noch? Wie hab ich denn immer in einer Reihe? Sechs, okay. Also fehlen nur 13 Stück. Genau, 13 Stück fehlen noch. Ich kann nur noch, ah, okay. Ich kann nur noch sieben machen. Ich hätte jetzt gedacht, ich hab mehr Yuka als fehlt. Der füllen noch genau sechs, weh? Gut, dann haben wir es beim nächsten Mal voll. Definitiv. Den noch einmal hier durch. Dat kann ich voll absensen. Schöne, gute Coffee-Pulver. Und der wird später Kaffee en masse gemacht. So. Ich glaube, selber irgendwie so eine Art kleinen Teich machen geht zwar mit Einmalen, weiß ich. Aber zum Wasser holen geht's, glaube ich, nicht, ne? Ich glaube, wenn ich da mit den Gläsern Wasser raushol, ist das Wasser wieder weg, ne? Also unendliche Wasserquelle kann man, glaube ich, nicht machen, ne? So ein bisschen shorty ist, aber ich müsste es ausprobieren. So, dann machen wir mal Käffchen. Rezepte. 18 Stück, gut. Werden wir die hier nämlich auch voll? Naja, voll doch nicht, aber schon mal. Yuka ist zumindest fast voll. So. Dahin. Na, hier doch nicht hin, Mensch. Wieso lässt du... Setz dich doch mal. Da, wollte ich gerade sagen. Diese horten dagegen Kaffee pflanzen. Dahin. Junge. Genau. Ah, jetzt hast du es ja mal raus. Ja, Kaffee pflanzen ist schwer, du. Dort ist nicht jedermanns daher. Ja, aber auch schon über die Hälfte. Sehr schön. Wird so langsam mit den Feldern. Ich meine, die brauchen wir eigentlich nicht. Die sind auch nur Deko, aber... Hände sie euch mal ab, dann haben wir ein bisschen mehr in der Küche. Sieht auch ein bisschen besser aus. So. Ich habe, glaube ich, die Aloe Vera Saum weggeschmissen, ne? Und stelle gerade fest, ich habe gar kein Aloe Vera auf dem Feld. Da muss unbedingt nochmal ein Aloe Vera Feld hin. Dafür kommen wir dann vorbei. Das kommt noch. Ich will letztendlich alles auf dem Feld haben. Zumindest alles einmal. Aber doch diese kleinen Minifelder einfach nicht aussehen, müssen es natürlich größer werden. Aber gut, Stück für Stück. Schwingen wir hin, schwingen wir hin. So, die packe ich jetzt noch in die Küche. Nicht hier rein. Küche habe ich gesehen. Dort war hier, ne? Genau. Rinder. Jo, da können wir mal ein bisschen weitermachen. Passt doch. Ich soll uns noch irgendwas einsticken. Ne, Juka ist komplett auf dem Feld, ne? Jo. Kommt doch langsam. Kommt doch langsam. Jut, jut. Denn... Wollte ich ja einmal kurz den Rest wegpacken. Steine mäßig ist komplett voll. Warte mal. Oh, der hier noch nicht. Kommt doch krass ein Stein. Du kriegst ein Stein, mein Freund. Da. Schenk ich dir. Sinnend, ne? Jo, das bieten Eisenkern da noch mit drin. In den Nägelbräuern noch. Die wollte ich aufheben. Eisenrohre und Parts. Und das hält das hier mit drin. Die Ports hier. Und die Eisenrohre waren halt. Da waren hier auch noch Parts. Kommt, glaube ich, aus dem Kühlschrank. Und hier, das Eisenrohr nochmal. Sehr schön, sehr schön. Gut, jetzt sind wir vor, die am Ende. Die Küche ist zumindest fertig. Wir müssen uns das Bad nochmal kümmern. Dann holen wir zu Kleidigkeiten. Draußen nochmal die Felder abernten. Und dann müssen wir die Hordenbees nochmal richtig frisch machen. Also repariert ist sie ja. Wir müssen nur die Waffen auffüllen und vielleicht die Zäune einmal durchschicken. Mehr ist da nicht mehr. Aber gemacht werden muss es ja. Gut, für heute ist Schluss. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen geht es dann weiter. Bye, bye. Tschüss. 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 Tschüss.